Schauen Sie eigentlich selbst den YouTube-Kanal von Wagenknecht, der scheinbar sehr erfolgreich ist? Nein, eigentlich nicht. Manchmal sehe ich ein paar Auszeuge daraus. Auf der Webseite sind auch Spenden aufgelistet, die Sie getätigt haben. Die sind noch von 2018. Mit den Spenden haben Sie natürlich recht sozusagen. Dann muss ich da nochmal drauf gucken. Das ist übersichtlich bei mir. Und damit willkommen zum Interview gemeinsam mit dem Co-Vorsitzenden der Linken, Martin Schödewan. Gemeinsam mit Janine Wissler leitet er ja die Linken im Bund und sitzt außerdem noch im Europäischen Parlament. Also in diesem ersten Teil sprechen wir vor allem über die Situation in der Linken selbst und aber auch, wie die Linke beispielsweise gerade immer noch mit der ganzen Russland-Thematik umgeht. Also sehr, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und damit Interviews wie dieses hier überhaupt möglich sind, also Reisen oder auch Kamerapersonal, was bezahlt werden will, gibt es auch in diesem Video einen tollen Partner wieder am Start, nämlich Steuerbord. Mit Steuerbord könnt ihr ganz einfach eure Steuererklärung machen, die ihr jetzt auch machen solltet, vielleicht auch schon für 2022. Je schneller es geht, je schneller man das vom Tisch hat, desto einfacher. Und zwar super easy, super schnell mit dem Steuerbord selbst innerhalb von ungefähr 20 Minuten. Durchschnittlich bekommt man vom Finanzamt in Deutschland ja 1072 Euro zurück. Und mit meinem Promocode, den ihr im angepinnten Kommentar bzw. auch in der Beschreibung findet, bekommt ihr auch nochmal einen Rabatt. Also es wird auch nochmal günstiger, bei Steuerbord eure Steuererklärung zu machen. Hallo Herr Stöderwahn, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein kleines, aber ausgiebiges Interview. Sehr gern. Vielleicht mal so einen kleinen Rundown für diejenigen unter euch, die vielleicht Herrn Stöderwahn nicht so kennen. Sie sind 47 Jahre alt, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, sind seit 2012 im Parteivorstand der Linken. Sie sind Co-Vorsitzender der Linken allgemein inzwischen geworden dann 2022, sind aber auch Co-Vorsitzender der Europäischen Linken auch noch zusätzlich, sitzen auch im Europaparlament. Haben POVI studiert an der FU hier in Berlin, wo wir gerade sitzen. Und Sie kommen aus einer roten Adelsfamilie. Was ist eine rote Adelsfamilie? Das ist ja eine Fremdzuschreibung, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ein roter Adel ist. Aber ich komme tatsächlich aus einer Familie, die eine sozialistische und kommunistische Familie hat. Und ich nehme an, das bezieht sich darauf an dieser Stelle und auch darauf, dass mein Großvater in der DDR, also nachdem er glücklicherweise die elf Jahre im Konzentrationslager unter den Nazis überlebt hatte, dann irgendwann auch eine führende politische Rolle eingenommen hat, dort dann allerdings in Ungnade gefallen ist, wie das in der DDR hieß, dann auch ab 1961, 1961 gar nicht mehr arbeiten durfte. Weil er nämlich in einem Machtkampf mit der damaligen Partei- und Staatsführung namentlich Walter Ulbricht sich befand und dort für die Demokratisierung der DDR eingetreten ist, auch der SED. Und auch perspektivisch tatsächlich die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten wollte. Das hat so nicht funktioniert und ich nehme an, darauf bezieht sich das. Darauf bezog sich das auch. Ich wollte es nämlich auch noch erzählen oder wollte auch noch auf die Geschichte ihrer Familie, ihres Großvaters eingehen. Aber dahingehend schon mal direkt eine Frage aus der Community, nämlich der Henry 2002 wollte nämlich wissen, würden Sie sich selbst als Sozialist beschreiben? Ja, unbedingt. Ich bin Sozialist und deshalb geworden, weil mich jegliche Ungerechtigkeit schon immer wirklich richtig aufgeregt hat. Und irgendwann habe ich erkannt, da gibt es ja auch politische Antworten gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Dann habe ich angefangen, mich politisch zu engagieren. Erst vor allem antifaschistisch, auch mit dem Erbe natürlich der Familie. Und dann aber immer stärker auch politisch in dem Sinne von sozialistischer Politik. Und ja, ich bin demokratischer Sozialist. Wer denn eigentlich, Ihr Großvater, überhaupt noch stolz auf die Politik, die Sie heute machen? Wir haben immer intensiv diskutiert, mein Großvater und ich, auch meine Großmutter und ich. Und die Auseinandersetzung mit meinen Großeltern war politisch total wichtig für mich. Ich habe ehrlich gesagt vieles nicht verstanden, wofür sie standen, weil sie halt in der kommunistischen Bewegung des ja schon frühen 20. Jahrhunderts auch sozialisiert worden sind. Und das unterscheidet sich natürlich von der Politik, die die Linke heute macht, ganz klar. Aber mein Großvater war bis zu seinem Lebensende und genauso meine Großmutter Mitglied dann auch in der PDS, also der Vorgängerpartei der Linken. Und von daher glaube ich, werden sie sehr, sehr stolz auf das, was ich tue. Und ich bin immer noch sehr, sehr stolz, diese Gespräche mit ihnen führen zu dürfen und auch sehr dankbar, also geführt haben zu dürfen und auch sehr dankbar, dass ich sie noch so intensiv kennengelernt habe. Bevor wir gleich auf die großen Themenblöcke zu sprechen kommen, machen wir eine kleine Kurzfragerunde. Sie dürfen auch, Sie sind nicht limitiert auf ein Wort oder zwei Wörter, aber eine kurze Antwort ist willkommen. EU-Beitritt der Ukraine, grundsätzlich ja oder nein? Man muss der Ukraine eine Perspektive anbieten, auch in Richtung EU-Beitrittsverhandlungen. Dafür müssen beide Seiten Hausaufgaben erledigen. In der Regel sind vor allem die Beitrittsstaaten da gefordert. Verfehlen denn die Proteste der letzten Generationen eigentlich ihr Ziel? Nein, gar nicht. Weil seitdem sich die vor allem jüngeren Aktivistinnen und Aktivisten auf den Straßen festkleben, ist doch das Bewusstsein nochmal wesentlich gestiegen, ehrlich gesagt, dafür, dass die Klimakatastrophe in aller Vehemenz auf uns zurollt. Und ich finde, dass das genau richtig ist, nämlich auf das Anliegen dahinter, effektiven Klimaschutz in der Gesellschaft hinzuweisen. Das ist aber wirklich so, weil ich habe persönlich das Gefühl, dass sie es eigentlich verfehlen. Eigentlich nur Leute genervt sind auf die letzte Generation, aber nicht unbedingt das Thema selbst auf die Agenda schreiben. Naja, im letzten Jahr standen, glaube ich, die Autofahrer in Berlin 70 bis 80 Stunden sowieso im Stau. Und die halbe Stunde, die dann durch sogenannte Klimakleber innen entsteht, halte ich ehrlich gesagt für irrelevant. Sondern man sollte darüber nachdenken, warum der Verkehr nicht funktioniert, warum es keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, weil zum Beispiel auch Individualverkehr dazu führt, dass wir in dieser Klimasituation uns befinden und den Klimawandel so durchleiden. Von daher halte ich das für richtig. Ist der Job des Co-Vorsitzenden der Linken eigentlich schwieriger als gedacht? Es ist eine große Herausforderung, die ich mit viel Freude angenommen habe. Okay, das ist jetzt die Politikerantwort. Immer noch mit viel Freude ausübe. Aber das war jetzt super diplomatisch, aber auch irgendwie nichtssagend. Schwieriger als gedacht oder nicht? Es ist nicht einfach, aber einfache Lösungen sind auch nicht das, was ich suche, sondern Herausforderungen. Und dieser Herausforderung stelle ich mich gerne. Das sind immer nur Politikerantworten, Herr Schödemann. Es ist, wir befinden uns. Also wo sind Punkte, wo Sie vorher gedacht haben, boah, das ist eigentlich super einfach und jetzt stellt sich das doch als große Herausforderung dar? Innerhalb der Partei selbst als Vorsitzender. Ich gebe zu, dass ich zum Beispiel unterschätzt habe, dass das in dieser Riesenorganisation mit 60.000 Mitgliedern auch wirklich 60.000 Positionen und Meinungen manchmal zu geben scheint. Und wir einfach vor der Herausforderung stehen, Meinungsbildungsprozesse so zu organisieren, dass man deutlich nach außen in Erscheinung treten kann. Und das war tatsächlich eine neue Erfahrung an der Stelle auch. Aber ich mag das, mir die Zeit zu nehmen, mit jeder Einzelnen, jedem Einzelnen zu reden und an diesen Positionen dann zu arbeiten. Aber ja, es ist herausfordernd und es ist manchmal auch schwieriger, um Ihre erste Frage zu beantworten, als es vielleicht von außen erscheint. Es gab auch Fragen zum heißen Herbst, das wäre auch eine Frage von mir gewesen, aber deswegen an der Stelle von FIFA Tanz 366. Vielleicht ein bisschen gemein, aber hätte er sich einen sogenannten heißen Winter gewünscht oder heißen Herbst gewünscht oder zumindest mehr Demos? Ich habe mir einen heißen Herbst gewünscht. Ich habe den ja quasi auch mit angekündigt und muss gestehen, dass ich da in der politischen Einschätzung glaube ich richtig lag, dass diese Gesellschaft vor massiven Problemen steht, aber in der politischen Einschätzung, welche Mobilisierungsfähigkeit daraus erwächst, eher falsch gelegen habe. Das hat auch mit der Konstellation zu tun. Wir haben eine Bundesregierung, an der Grünen und SPD beteiligt sind. Wir haben Gewerkschaften, die sozusagen im Kanzleramt Verhandlungen geführt haben. Das heißt, viele progressive Partnerinnen und Partner sind als Mobilisierungspartner auch im heißen Herbst ausgefallen und trotzdem gab es eine große Mobilisierung. Also mit genug ist genug, wir zahlen nicht für eure Krise. Es haben sich etliche Bündnisse gebildet, aber ich hätte mir tatsächlich mehr Mobilisierung auf der Straße gewünscht und trotzdem waren wir politisch gar nicht erfolglos, sondern haben tatsächlich auch Dinge durchsetzen können. Und gemeinsam mit der AfD zu demonstrieren oder AfD-Anhängern war ja auch keine große Option. Gemeinsam mit der AfD zu demonstrieren halte ich aus einer sozialistischen Perspektive für total absurd. Vorletzte Frage von der Kurzfragerunde. Übrigens, diese ganzen Fragen kommen nachher auch wieder zurück. Tatsächlich tut Sarah Wagenknecht eigentlich der Partei Die Linke gut? Es gibt bestimmte Diskussionen, die auch durchaus von ihr in der Öffentlichkeit mit befeuert worden sind, zum Beispiel die um eine Neugründung. Und da muss man natürlich sagen, das tut der Partei an dieser Stelle überhaupt nicht gut. Ansonsten vertritt Sarah Wagenknecht natürlich dezidiert sehr zugespitzte Positionen, über die man streiten kann, über die ich auch gern mit ihr diskutiere an der einen oder anderen Stelle. Für mich ist klar die Grenze, wenn niemand davon redet, vielleicht ein eigenes Projekt machen zu wollen. Letzte Frage zur Kurzfragerunde. Ist gewaltsamer Protest eigentlich manchmal sinnvoll? Ich persönlich reagiere nahezu allergisch auf Gewalt. Ich finde Gewalt überhaupt nicht okay, egal welche Seite sie sozusagen ausübt. Und ich glaube aber, dass ziviler Ungehorsam eine sehr, sehr gute Wahl ist und eine sehr gute Möglichkeit, auch politischen Proteste zum Ausdruck zu bringen. Sie waren ja auch oder sind ja tatsächlich auch noch seit 2011 Redakteur oder schreiben für das Magazin Antifa, wenn ich das auf Ihrem Lebenslauf, wenn das noch stimmt. Ich habe mal nachgeschaut, es sind glaube ich nur zwölf Artikel oder elf Artikel, die Sie jemals glaube ich für das Magazin geschrieben haben. Natürlich ist mir bewusst, dass die Antifa nicht eine große Gruppierung ist und dass man das nicht verallgemeinern kann. Aber die Antifa steht ja teilweise auch für gewaltsame Proteste oder für gewaltsame Dinge. Wie vereinen Sie das, als Spitzenpolitiker für so ein Magazin zu schreiben, damit in Verbindung gebracht zu werden und Ihre Position auszuüben? Naja, ich bin überzeugter Antifaschist und die Antifa ist die Zeitschrift der VVN-BDA, also der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, bunddeutsche Antifaschistin. Und mit der eigenen Familiengeschichte war für mich der Weg dahin und auch zu antifaschistischem Engagement eigentlich vorgeprägt. Und ich habe da überhaupt gar kein Problem als Redakteur gearbeitet zu haben für das Blatt. Das mache ich mittlerweile nicht mehr aktiv, weil ich das gar nicht schaffe sozusagen. Der letzte Artikel liegt auch zeitlich schon weit zurück. Genau, richtig. Aber das ist halt der Name der Zeitschrift der VVN-BDA. Das ist eine sehr anerkannte antifaschistische Organisation in Deutschland. Ich meine, irgendwann war sie mal vom Finanzamt von Olaf Scholz sozusagen in Frage gestellt. Aber da gab es so viel Widerstand gesellschaftlichen, dass die auch ihre Entscheidung zurücknehmen mussten und die Antifa jetzt, also die VVN-BDA wieder ihre Gemeinnützigkeit hat. Von daher, das ist alles total okay. Dann kommen wir mal zum größeren Themenblock Die Linke. Open Mind, größerer YouTuber auch, wollte wissen, möchte von Ihnen wissen, warum wird immer so getan, als wäre Wagenknecht für die schlechte Performance der Partei verantwortlich, obwohl sie mit Abstand einer der beliebtesten Politiker ist? Ich glaube ja, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn mehr so Leute wie Sie wären, wären die Partei erfolgreicher. Die Jahre, wo sie Spitzenkandidatin war, waren die einzigen, wo ich Die Linke gewählt habe. Das ist eine wirklich interessante Frage, weil ich ehrlich gesagt den Zusammenhang an der Stelle nicht so richtig sehe. Wir unterliegen ja als Partei gesellschaftlichen natürlich auch Tendenzen und wir müssen daran arbeiten, wieder stärker zu werden und das gemeinsam. Also ich sehe nicht, dass irgendjemand sie verantwortlich macht. Also ich mache das zumindest nicht für den Zustand, in dem wir sind, sondern verantwortlich für den Zustand, in dem wir als Partei sind. Und das ist eine schwierige Situation, ist vor allem, dass wir nach außen hin nicht klar und klug kommuniziert haben in den letzten Jahren und einfach auf die gesellschaftlichen Konflikte nicht so reagiert haben, nicht so intensiv interveniert sind und gesellschaftliche Konflikte nehmen, wie wir es hätte machen sollen. Das ist meine Politik, die werde ich umsetzen und ich denke auch, dass wir damit wieder erfolgreicher werden. Schauen Sie eigentlich selbst den YouTube-Kanal von Wagenknecht, der scheinbar sehr erfolgreich ist? Nein, eigentlich nicht. Manchmal sehe ich ein paar Auszeuge daraus. This is Dark, wollte auch noch wissen, richtet Sarah Wagenknecht nicht möglicherweise mehr Schaden an, als dass ihre Parteimitgliedschaft einen Nutzen hat? Und wie kann man es gerechtfertigen, Sarah Wagenknecht salonfähig zu halten, nur um Fraktionsverteile zu genießen? Das finde ich auch eine interessante Frage, weil genau die unterschiedliche und komplett andere Wahrnehmung ist dessen, was gerade gefragt wurde. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir im Moment als Partei polarisieren, auch in die ein oder andere Richtung, in der Außenwahrnehmung in der einen oder anderen Richtung anschlussfähig sind. Und das geht halt darum, tatsächlich diesen Zustand wieder zu überwinden und eine Gemeinsamkeit herzustellen in der Ansprache, in die Bevölkerung, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, was wir in Teilen verloren haben. Bedeutungslosigkeit, davon spricht Domi beispielsweise, der noch wissen wollte, wie wollen Sie denn eigentlich, ich meine, Sie sind ja mit Janine Wissler Co-Vorsitzender, den Streit in der Linken lösen? Und wie wollen Sie die Partei von der, vor der Bedeutungslosigkeit retten, sowas? Ich glaube nicht, dass wir bedeutungslos sind. Der heiße Herbst ist schon angesprochen worden und wir sind mit politischen... Der aber nicht kam. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie sich da selbst getäuscht haben. In der Mobilisierungsfähigkeit und in der Macht der Mobilisierung. Aber es gab große Demonstrationen, es gab tatsächlich einen Druck, der die Bundesregierung, und das meine ich mit, wir haben Forderungen durchgesetzt, der die Bundesregierung dazu gebracht hat, bestimmte politische Entscheidungen zu korrigieren. Es wird tatsächlich auch aus dem Umkreis der Bundesregierung so zugegeben an der Stelle, dass unser politischer Druck zum Beispiel dazu geführt hat, dass auch schneller zu Gaspreisbremse und Strompreisbremse überhaupt gesprochen wurde, die dann auch umgesetzt wurde, die Gasumlage, die unsoziale zurückgenommen wurde. Von daher, es gab politischen Druck und da haben wir unsere Wirksamkeit auch unter Beweis gestellt. Und das ist eben genau das, wie wir auch sozusagen wieder stärker werden und auf die Erfolgsspur kommen, indem wir in reale gesellschaftliche Konflikte intervenieren, indem wir dort sind, wo es den Leuten wehtut und sagen, hier muss sich was ändern, damit die am Ende des Monats genug Essen auf dem Teller haben und zwar gesundes Essen. Die Nahrungsmittelpreiskrise ist enorm, damit die am Ende heizen können oder das Licht anstellen können. Die Energiepreiskrise ist enorm. Das ist unser Job und den werden wir wieder erfüllen. Sie haben vorhin ja gesagt, dass Sie es vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, dass man 16.000 Meinungen hören muss oder dass Leute, jeder was zu sagen hat, jeder was sagen möchte. Ich habe mich gefragt, ist das Thema Russland eigentlich aktuell so ein Thema, wo man gar keinen Kompromiss mehr innerhalb der Linken finden kann? Also sind da die Meinungen, wie man damit umgeht, so weit auseinander, dass man irgendwann sagen muss, wir kommen dann nicht mehr auf Einländer und dann muss man schauen, was man dann damit anstellt. Ist das so ein Punkt? Nee, 60.000 Menschen kriegt man, glaube ich, in Deutschland doch auch noch immer hinter eine Idee und unsere Idee ist die des demokratischen Sozialismus und wir müssen diese Idee mit konkreter Politik sozusagen auffüllen. Da geht es um Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft, da geht es auch um Frieden an dieser Stelle, weil sie Russland ansprechen und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und da geht es natürlich auch um radikalen Klimaschutz und wir brauchen einen klaren Kompass als Partei und daran arbeiten Janine Wissler und ich auch, den zu entwickeln. Das bezieht sich auch auf die Außenpolitik und das heißt zum Beispiel, dass wir ganz eindeutig sind in der Frage der Ablehnung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch keine anderen Stimmen sozusagen in der Partei, was die Ablehnung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gibt. Und manche denken aber auch darüber nach, ob es eine Vorgeschichte zu diesem Krieg gibt und jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte. Für mich heißt das aber nicht, dass in irgendeiner Form dieser Angriff zu rechtfertigen sei zum Beispiel. Und das mache ich auch immer deutlich und von daher muss man natürlich über europäische Sicherheit, über die Rolle Russlands in Europa nachdenken, miteinander diskutieren und auch wieder an einer einheitlichen Position arbeiten. Aber ich glaube, das wird gelingen. Ich muss ganz kurz Sie bitten, das Mikrofon tatsächlich so ungefähr hier hinzuschieben, weil mir gerade aufgefallen ist, dass Sie so eine Position haben, sodass das Mikro so ein bisschen vor Ihrem Gesicht tatsächlich ist. So? Genau. Ja, okay. Aber dann haben wir das Problem nämlich nicht. Zu dem Thema tatsächlich war auch noch, auch wie man mit WLAN umgeht oder WLAN-Verlusten umgeht tatsächlich, hat ein User, dessen Name ich nicht aussprechen kann, weil es wirklich nur kryptische Buchstaben sind. Aber User KD möchte nämlich wissen, was ist euer Plan? Vielleicht gibt es aber auch dazu gar keinen Plan, um ehemalige Wähler, die bei der AfD jetzt gelandet sind, also von der Linken zur AfD gewechselt sind, zurückzuholen. Gibt es überhaupt einen Plan da? Habt ihr bestimmte Programme aufgesetzt, um diese Menschen anzusprechen? Geht ihr in Facebook-Gruppen rein? Versucht ihr in den Orten, wo ihr wisst, da ist das passiert oder den Gemeinden, dass das passiert, mehr Geld da reinzustecken, um vor Ort aktiver zu sein? Oder gibt es dazu gar keinen Plan, weil ihr sagt, nee, die wollen wir gar nicht mehr haben? Natürlich kämpfen wir um Wählerinnen und Wähler, das ist doch klar. Und wir gucken uns die Wählerwanderung an und es ist so, dass der Austausch zwischen der Linken und der AfD quasi gar nicht stattfindet. Das heißt, die AfD hat ein verfestigtes Wählerinnenpotenzial. Es gibt sozusagen im Moment keinen Wählerinaustausch. Das heißt, politische Angebote gehen da an der Stelle auch aneinander vorbei. Aber für uns ist natürlich wichtig, dass diejenigen, die nicht mehr das Vertrauen haben in die Kompetenz oder in die Lösungsfähigkeit demokratischer Politik, weil es ihnen in ihrem Leben nicht gut geht und sie suchen sozusagen einen Ausdruck von Protest, dass wir die natürlich auch wieder erreichen. Für uns ist aber die zentralere Frage an dieser Stelle, wie wir in bestimmte gesellschaftliche Milieus wieder vordringen können, nämlich zum Beispiel ArbeitnehmerInnen oder auch Erwerbslose. Und die in ihrer prekären Situation mit gezielten Angeboten auch von überzeugender Sozialpolitik anzusprechen, von Gerechtigkeit und von der Perspektive, dass sie ihr Leben in dieser Gesellschaft gut meistern können und gestalten können, das ist unser Job. Und dann glaube ich auch, dass sich tatsächlich diese antidemokratische Grundhaltung, die sich in einem Wahlverhalten meiner Ansicht nach Ausdruck für die AfD, wieder zurückgedreht werden kann und dass die Menschen vor allem für demokratische Prozesse zurückgewonnen werden können und auch wieder zu uns kommen teilweise. Okay, aber einen ganz konkreten Plan, also in die Gemeinden vor Ort fahren, gibt es sowas? Wir machen… Mit der Gelder, die da aufgewendet werden? Absolut, wir machen natürlich Organizing auch, wir machen natürlich aufsuchende Politik, wir machen Haustürwahlkämpfe, wir gucken uns genau an, wo sozusagen auch bestimmte Viertel in Städten liegen, wo wir denken, dass es sinnvoll ist, dort an die Türen zu klopfen. Klar, das ist Bestandteil von jeder strategischen Politikentwicklung und auch daran, die Partei sozusagen wieder zu stärken. Klar, machen wir das. Ich sage, es ist mein Kaffee leider ein bisschen kalt geworden, aber das ist okay. Wollen Sie noch einen haben? Das passt. Alles gut, ich habe noch Wasser da. Lassen Sie uns jetzt über ein kleines Thema zu sprechen kommen, was eigentlich ein großes Thema ist, aber das ist mir tatsächlich heute Morgen im Zug noch über den Weg gelaufen, eine Aussage von Ihnen oder ein Zitat von Ihnen in einem Artikel. Da haben Sie nämlich gesagt, jeder und jede Abgeordnete, es geht um Lobbyismus, jeder und jede Abgeordnete und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Treffen mit Lobbyisten, egal von Unternehmen, Drittstaaten oder NGOs, konsequent vermerken, der legislative Fußabdruck der Abgeordneten muss nachvollziehbar sein. Klingt erstmal gut. Ja, finde ich auch. Ja. Das ist auch richtig. Da bin ich heute Morgen, aber dachte ich mir, okay, mal gucken, wo Martin Schönewald das stehen hat bei sich. Natürlich, da würde ich jetzt vermuten auf der Webseite, tatsächlich steht da aber nichts. Also auf der Webseite kann ich keine Lobbyverbindung von Ihnen finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Artikel von Lobbycontrol, Abgeordnetenwatch, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, und der Artikel war nicht mehr verfügbar. Da habe ich mich schon gefragt, also das habe ich schon transparenter gesehen tatsächlich. Es gibt Vorschriften, wo man das veröffentlichen muss als Europaparlamentarier, nämlich irgendwo auf der Seite, auf einer entsprechenden Seite des Parlaments, das macht mein Team ganz akribisch. Von daher, selbst meine Mitarbeiterinnen veröffentlichen alle Treffen, die sie haben. Wir treffen uns ja nicht mit Lobbyisten oder Lobbyisten. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wen sie da treffen. Ja, genau. NGOs in der Regel, also eine gute Frage. In der Regel NGOs oder Leute aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber als ich zum Beispiel an den großen Digitalpaketen gearbeitet habe, also Digital Markets Act und Digital Services Act, kriegte ich quasi nicht im Stundentakt, aber im Tagestakt irgendwelche Anfragen für Treffen von Google, Amazon, Apple, Microsoft und so weiter und so fort. Also von den großen wirklich Big Tech Unternehmen, auch Alibaba und so weiter, die sich treffen wollten. Das haben wir natürlich alles nicht gemacht, weil uns ja klar war, dass sie die Gesetzgebung in ihrem Sinne beeinflussen wollten. Aber wen wir getroffen haben, sind dann halt tatsächlich Transparency-Organisationen und so weiter und so fort. Wir haben uns mit Leuten zusammengesetzt, die Ahnung auch haben im Detail zum Beispiel von der Problematik Targeted Advertisement und solchen Fragen. Wir haben mit denen geredet, haben diskutiert und haben überlegt, wie kann eigentlich das Internet als einen Ort sozusagen auch sicherer gemacht werden für vor allem Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das war unser Fokus, also haben wir uns mit solchen Leuten getroffen. Auf der Webseite sind auch Spenden aufgelistet, die Sie getätigt haben. Die sind noch von 2018. Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen, also ich möchte nur darauf hinweisen, Sie wollen, dass das volle Transparenz herrscht. Ich habe tatsächlich von einem, ich glaube, es war ein SPD-Politiker, der im Bundestag sitzt, der hat auf seiner Webseite wirklich, ich meine, das war wirklich zum Scrollen lang, der hat aber da tausende Lobby-Kontakte aufgelistet mit Namen und der Institution. Da dachte ich mir, okay, gut, ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt gerade Respekt verloren habe vor dieser Person, dafür, dass sie so viele Kontakte hatte, aber zumindest waren sie da alle aufgelistet. Ja, ist ja super, aber wir reden ja über einen massiven Korruptionsskandal im Europäischen Parlament, wo sozusagen politische Entscheidungen gekauft sind und wenn man sich sozusagen ansieht, wie andere mit der Transparenz umgehen an der Stelle, die eben auf der Seite, wo es vorgesehen ist, überhaupt keine Lobby-Kontakte eintragen und das seit Jahren nicht sozusagen, also Kolleginnen und Kollegen von mir, dann ist das schon richtig, das dort zu veröffentlichen, wo es hingehört. Naja, ich sage nur, also man kann ja mit gutem Beispiel vorausgehen. Und mit den Spenden haben Sie natürlich recht sozusagen, dann muss ich da nochmal drauf gucken, das ist übersichtlich bei mir, aber das Wichtige eines Entscheidens ist, dass ich mich dafür einsetze, dass dieser fürchterliche Korruptionsskandal, der tatsächlich europäische Politik im Markt natürlich erschüttert hat und die Glaubwürdigkeit vor allem der sozialdemokratischen Fraktionen, weil das ja alles Sozialdemokraten und Sozialdemokraten sind, die sich da haben kaufen lassen an dieser Stelle und wo Geheimdienste von Drittländern, Marokko, Katar, sozusagen sich tatsächlich politische Gefälligkeiten erkauft haben. Das ist doch das Kernproblem, dass man da sozusagen kämpfen muss für Klarheit, für Aufklärung, auch für strafrechtliche Verfolgung. Und dass es eine unabhängige Ethikkommission geben muss, die auf die Umsetzung dieser Maßnahmen Wert legt und achtet und gegebenenfalls, wenn das nicht passiert, die Abgeordneten dann entsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden können, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Die meisten anderen Fraktionen wollen das gerade versenken, sozusagen, eine unserer Forderungen, dass es einen Untersuchungsausschuss gibt. Das soll jetzt in irgendeinem bestehenden Ausschuss verschickt werden und so weiter und so fort. Also ich habe den Eindruck, das wird schon irgendwie jetzt unter den Teppich gekehrt. Also wir führen ja da einen großen Kampf gegen Korruption an dieser Stelle. Und diesen Kampf zu führen und sich auf die Fragen zu schreiben, diesen Skandal so aufzuklären, dass er nicht wieder vorkommt, weil man die entsprechenden Schlussfolgerungen auszieht. Das ist für mich die politische Konsequenz an dieser Stelle. Und bei der Linken, zumindest im Europaparlament, bei den Abgeordneten, sind Sie sich sicher, dass da keine Fälle vorherrschen oder dass es da nichts gibt? Also bei der deutschen Linken bin ich mir da absolut sicher. Aber die europäische Linke nicht? Ich kann ja nicht für andere an dieser Stelle reden, aber wir haben bislang als Fraktion keinerlei Berührungen zu diesem Skandal. Und ich gehe davon aus, dass das so bleiben wird. Wohingegen gestern erste Meldungen darüber kamen, dass auch Liberale eventuell verstrickt sein könnten. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konservativen betroffen. So von daher, wir müssen generell aufräumen, um das strukturelle Problem anzugehen. Aber bislang ist nichts bekannt, dass irgendeine linke politische Persönlichkeit, und wie gesagt, für die deutsche Linke kann ich da meine Hand ins Feuer legen, in irgendeiner Form da Berührungspunkte hätte oder verstrickt ist. Und das hier erwartet euch in Teil 2. Ich frage mich gerade, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Putin an einem Telefonat zu sitzen, was würden Sie ihm denn sagen? Ich würde ihm sagen, dass er seine Truppen zurückziehen muss, in diesen fürchterlichen Krieg einzustellen hat. Und dass man dann in dem Moment, wo er die Bereitschaft zeigt, diesen Krieg zu beenden, darüber reden kann, erstens, was ich schon gesagt habe, die Sanktionen zurückzufahren und damit sozusagen auch der russischen Wirtschaft natürlich an der Stelle wieder den Raum gibt zur Entwicklung. Und wenn ihr jetzt noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne und bleibt auf jeden Fall up to date, was diesen Kanal betrifft und schaut euch gerne noch dieses Video an. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke euch fürs Zusehen, euer Marvin und bis dann. Danke euch fürs Zusehen.